Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil eines Selektionsgremiums, welches entscheiden darf, welche Athletinnen an eine WM fahren und welche nicht. Oftmals werden ja solche Selektionsentscheide aufgrund vergangener Wettkampfleistungen gefällt. Im Grunde genommen sind das also Prognosen durch Wettkampfleistung aus der Vergangenheit auf Wettkampfleistung in naher Zukunft. Was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass sich die Qualität solcher Prognosen erhöhen liesse durch das Hinzuziehen von Techniktests? Swiss Shooting misst nun schon seit über zehn Jahren mehrmals jährlich verschiedene Technikmerkmale und seit ein paar Jahren wurden nun auch Wettkampfleistungsresultaterfassungen mittels einer Web-App zentralisiert. Die Kombinierung beider Datensätze ermöglicht es, Zusammenhänge zwischen Technikanalysen und Wettkampfleistungen aufzudecken. Noch mehr sogar, es können künftige Wettkampfleistungen durch vergangene Technikmerkmale bedingt vorhergesagt werden. Wie gross der Mehrwert eines kombinierten Prognosemodells ist und wie viel nur schon durch Techniktests alleine erklärt werden kann, das erfahren Sie bei meinem Poster.